Sieht schlecht aus. Da wurde die Wache vergewaltigt. Speedfire! 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 Der Kärn! Der Kärn! Der Kärn! Das ist so cool. Da ist der Scheiss So Leute, es geht wieder weiter Beton Die Kilde Die Kilde Die Kilde Das war's für heute. Nr es hat schon halt weniger weniger als 3.5 so wird sie die benutzt haben so scheiße ist das dass der nicht leveln will aber das ist doch irgendwie sinnlos mit dem System da ok Leute ich hoffe es war lang genug wir sind jetzt erfolgreich in die Burg vor der Burg Mori also in der Mori Zitadelle und haben sogar schon eine Mission erledigt und wir werden dann das nächste Mal weitermachen und ich stehe den Scheiß hier hoch